Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu ARK. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Teil 2 unseres Taming-Versuchs vom Karcher. Es ist alles nicht so einfach. So, steht er da noch? Er steht da, hoppelt da oben noch rum. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Dicht drehen wir schon mal zur Seite. Momentchen. Hat doch gleich richtig Schaden nehmen, ne? So, wir müssen da entlang. Also. Gucken wir mal, ob das jetzt mit getannten Dinos funktioniert. Das habe ich bisher noch nicht getestet, weil wenn das geht... Da holen wir ein bisschen was in Perone. So, wir dürfen nicht über eine Kante rüberfallen. Ich bin nämlich auch im K-Modus. Das ist halt, das wäre ziemlich unglücklich. Ne, 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 nicht drehen. Machs nix, nix. Wird dir schmecken. Okay, mit getannten Dinos funktioniert es nicht. Ich will ein bisschen von weg gehen. Jetzt kommen wir jetzt einen Drop runter. Gut. Bleibt bitte noch da stehen. Ich bringe dir was Neues. Zum Essen. Müssen wir was Neues hochbringen, ey. Shit. Jetzt brauchen wir so einen blöden Diplo. Oder halt doch einen Rex, aber einen Rex hier hochbringen. Oh, das könnte knackig werden. Ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Obwohl... Hallo Rex. Probieren wir es. Ist auch eine ziemlich gute Farbe. Ich glaube, dieses Grün, was... Was wir mal gekriegt haben, ist gar nicht mal so selten. Scheinbar. Oh Gott. Mit dem Nerf sind wir so langsam. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Hoffe ich. Ich könnte ihn vielleicht auch runterlocken. Dann können wir ihn mit dem Bronto füttern, aber... Kann ich einen Bronto dreigen? Dragon. Dragon. Ich muss den Rex ja nur oben haben, ne? Und dann schieße ich ihn. Knapp. Okay, Rex liegt. Auf einen neuen Versuch. Komm her, Karcher. Oh Gott, dass der hier oben steht. Nicht runterlaufen, bitte. Ich habe hier was zu essen für dich. Schnüff, schnüff. Schnüff, schnüff. Fall nicht runter. Yes. So, jetzt dürfen wir nicht so viel Schaden nehmen, ne? Oh mein Gott. Das ist jetzt ein Akt. Wo geht's denn am schlauesten hier runter? Hier. Da ist aber auch der Giga in der Nähe, ne? Und der Giga... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schickt mir die Rigno hinterher? So ein Mist. Die müssen wir dann wohl gleich holen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die ihr Leben verliert. Geht noch höher. Hör auf damit. Oh mein Gott. Dann bringen wir dich so weit wie möglich bis nach Hause. Und tem dich dort. Und natürlich suche ich mir direkt auch einen blöden, wo ich mir selber Schaden mache. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Baby tracks. Oh, dass man hier in meiner Rhino nicht folgt, ist ein bisschen blöd, ne? Wir sind vollgeheilt, krass. Oh shit, wo sind wir denn gelandet? Nehmen wir noch Zeit. Ja, das reicht aus. Wir müssen irgendwie hier... 50er Rex. Da ist noch ein Rex, 110. Wir sind zu fast! Wir sind zu fast! Wir sind zu fast! 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 Okay, cool! Das Ding ist getamed. Und zwar nur Level 29, aber ist nicht so schlimm. Verdammt! Jetzt muss ich 60 Sekunden hier warten. Nerf ist schön und gut, ne? Aber im PvE... Nervt das! Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen sputen und versuchen nicht zu sterben. Dann holen wir die Rhino. Dann können wir den Spino holen. Und dann können wir ein Ei machen. Ein Karcherei! Und dann wird der Giga dran sein. Vielleicht gehen wir auch direkt zum Giga. Oh, Altery. Entschuldigung, ich wollte noch kurz vorbei. Schön, dass ich vorhin 10 Grapples gemacht habe und alle weg sind. Und ich trotzdem gestorben bin. Also es hat nichts gebracht. Bebe, 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 bebe. Wewechen, wewechen, wewechen. Natürlich steht da ein blöder Kano. Stand ein blöder Kano. Was ist denn hier los? Schön, dass ich dann den Elternteil getötet habe. Aber mir blieb nichts anderes übrig. Ja, wir schmeißen den Karcher schon mal raus. Dann kannst du uns nicht tragen. Sehr gut. Jetzt schon. Machen wir die Rhino her. Und da legen wir erst den Giga. Für den Giga brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Narkotiks. Ich weiß auch nicht, ob unsere Waffe reicht. Wir sollten eine zweite gleich einpacken. Gerinja holen, Spine holen. Ei machen. Na, wir gehen erst mal zum Giga. Ei können wir immer noch machen. Läuft nicht weg. Oh, so ein geimprinteter Karcher mit den guten Werten. Das, das, da sehe ich mich. Dass du hier oben eiskalt stehen geblieben bist, ne? Das funktioniert wohl nicht auf dem Karcher. So, Spino. Sollten wir ja schnell da sein. Und dann sollten wir noch genug Zeit haben, um die Giga zu tailen. Zur Not muss ich ein bisschen schnippeln damit, dass diesmal die Folge passt. Ich möchte nicht wieder einen Cliffhanger machen. Das war jetzt so einmalig. Weil es jetzt doch alles ein bisschen miteinander zusammenhängt. Ist mir leid. Aber ein bisschen Spannung muss ja manchmal sein, ne? Und hier sind schon wieder Drops. Können wir auch gleich noch uns angucken zumindest. Das hier echt kein einziger Diplo war jetzt gerade, ne? Ach schön, dass der Dropper verschwunden ist. So, wie ist der Spino rausgekommen? Nur mal so zum angucken. 37,36. Ist schon schlecht gewesen. Aber egal. Das ist ein schönes Breeder-Weibchen. Falls wir dann doch mal noch ein 150er-Spino mit einem männlich. In männlicher Form. Wir können ja zumindest vom Weiten reingucken, ne? Wenn wir es sehen. Ne, okay. Können wir vergessen. Gut. Wir packen eine zweite Waffe ein. Bisschen Narcotics. Und dann sollten wir eigentlich gut zu go sein, dass wir den aus der Luft versuchen zu tamen. Mal gucken, wie die Darts einschlagen. 180 müsste 45er-Giga eigentlich, glaub ich, drin sein. Ansonsten haben wir dazugelernt. Und müssen nach-craften. Die Rindio wollte ich eigentlich auch noch holen. Sieht aus wie ein Eifer, ne? Huch. Huch, huch, huch. Guck mal, ich hab dir... Moment. Weibchen. Ach, das Männchen. Oh, ich hab schon ein bisschen Schiss gehabt gerade. So, wir brauchen... 500 sollte reichen. Nehmen wir uns noch die Waffe mit. Dann können wir immer den Sattel wegpacken. Wir hatten doch noch eine zweite Longneck. Da. Einfach einpacken. Dann mal gucken, wie das ist, den aus der Luft wegzuholen. Schon ewig kein Giga mehr getamt. Ich glaube zuletzt... Mit Gates und einem... Mit einer Lade Biertrap getrappt. Und dann getamt. Schon Ewigkeit nicht mehr. Ich mein, der wird eh... Wofür brauchen wir jetzt ein Giga, wenn wir Karchas haben? Aber... Es fehlt uns noch. Es fehlt uns generell. Und ich sag mal so... Einpacken. Kann was Neues spawnen hier. Das ist so mein... Grundgedanke hier, Leute. Wir müssen echt Munition wieder einpacken. Das ist unglaublich. Du kannst mal ein bisschen Fleisch haben. Du hast ja verdammt Hunger. So, Giga, mein Freund. Den ich für einen Karcher gehalten habe. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Da kamen. das ist so ein center pego max die müsste ich geschenke bringen aber nicht gemacht wo ist denn jetzt hier der giga da auch nur 36 kartoffer wir werden nur 36 schuss benötigen cool also vielleicht zu 40 dann ist das doch ein bisschen günstig aber bleibt da genauso stehen nein aber so bitte aber sowas von guck mal easy team hier wenn ich treffe treffen würde auch komm schon was versuchst du da zu beißen nennen 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 so nicht freundchen sogar männchen kann ich jetzt behaupten ich habe dann noch ein giga also wenn er überlebt 80.000 leben wir wollen doch jetzt nicht zicken machen hier das ist so op mit der rennung nader also wenn hier mal ein 150er ist oder so ein giga easy team dann würde ich sagen oder vielleicht ein bisschen mehr topo haben also wir müssen auf jeden fall darts nachproduzieren irgendwann mal und metal sage ich euch ist echt nicht mehr das problem ne also wir können sogar mal ohne ende flint auch holen nebenbei oder beziehungsweise steine jetzt also das ist richtig übel dieses solo farm mod das ist so krass beim letzten mal auch also jetzt noch mal kurz rumgeflogen einmal hier um den berg herum ein bisschen ein bisschen metal geholt der trinklater war so schnell voll muss halt nochmal richtig einstellen dass er keine bären mitnimmt und so vielleicht kann ich auch mal nur metall machen statt stein oder so was noch würde auch gut funktionieren bestimmt aber ist geil macht spaß ist wie als wenn du ja unten drauf sitzt die ganze Zeit zuhaut lauf doch bitte nicht weg gute nacht okay er liegt das ist schon mal ganz gut jetzt brauche ich noch ein bisschen fleisch muss man merken wo er ist ne 34,88 34,88 hier haben wir doch fleisch auch ein 130er Aji nur und dann können wir zumindest primate reinlegen dann haben wir zumindest schon mal ein tracking drin den Kano können wir auch noch mit einpacken dann haben wir genug fleisch und müssen den noch so ein bisschen babysitten vielleicht ich weiß es nicht was habe ich gesagt 34,88 da liegt das holy shit der droppt aber dann drück mir doch mal alles rein ne das war ja fast knapp sogar gerade wie viel braucht der 5 ach du meine Güte drück mir mal alles rein dann können wir kurz nach hause machen das Ei das müsste ja eigentlich gehen bis das hoch gedroppt ist so nein habe ich dir gerade was zu essen gegeben er hat selber gefressen okay cool ein Glück dann machen wir schnell das Ei und danach können wir die Giga rüber holen sehr erfolgreich würde ich mal sagen also 45er Gier ist jetzt nichts was erfolgreich ist aber Spino Ex-Ball außen vor zweiter Karcher zum Breeden und ein Giga dabei wollte ich eigentlich mal langsam einen Boss machen ich will jetzt nicht in die Länge ziehen aber ich habe irgendwie ich brauche ein Blueprint warte mal ich war schon ewig nicht mehr Underwater ich glaube das muss ich auch nochmal abfahren nebenbei was ist da drin da war irgendwas drin ich habe es nicht gesehen ich spule auch lieber nicht zurück dass ich mir angucke was da drin war wir haben jetzt 500 Narkotiks eingedrückt einer müsste 4000 sein also müsste es so 20.000 Topo sein die hoch gehen das müsste ja nicht reichen 500 Narkotiks so jetzt werde ich gleich sehen ob man Karchers breeden kann dann bin ich ja gespannt weil wenn nicht hat es sich nicht wirklich gelohnt aber Sekunde was haben wir jetzt noch alles dabei wir haben noch ein Spino dabei und den Vogel haben wir noch dabei wir haben zwei Vögel dabei weißt du was da frühst du mal ne Runde hier du hast ja irgendwann auf mühe zu wenig na hier kriegst nen kleinen Sattel wahrscheinlich gleich wieder so in den Kommentaren konnte man nicht breeden kann man nicht breeden geht gar nicht warum du versuchst das überhaupt ich sehe ja weil ich es nicht weiß weil ich einfach es nicht weiß das ist mein erster Karcher davon den ich jemals hatte und jetzt stellt es sich wahrscheinlich heraus dass das wahrscheinlich Enable Mating ja es geht geile Geschichte der Giga ist auch bei der Hälfte gut ihr Lieben ich packe das Ei jetzt dann rein das packen wir zusammen aus würde ich sagen so ein Mini Karcher können wir zusammen angucken das wird noch ein bisschen dauern also von daher alles gut den Giga hole ich dann dementsprechend ab packe den in der Base sammle mich nochmal neu mit meinem ganzen Stuff hier was ich jetzt inzwischen alles dabei habe weg 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 und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder vielen Dank fürs Zusehen macht's gut bis gerne